Er versucht jetzt das hinterher hochzubringen, aber das geht auf klar keinen Fall, in dem Moment, wenn er das Vorderrad über drückt, rüsselt und vorne zu drücken, das ist unglaublich schwierig, den Punkt zu finden, wo das Motorrad dann entsprechend drin sitzt, auch so durchzudrehen und dann eben, wie gesagt, das Vorderrad in der Luft zu haben. Ja, ganz kurz zurückgelegt und zack, wenn er sich weiter rein macht, das reicht, ging schon, ja, er ist nicht ganz ganz unglücklich, mein Paddy. Und wenn er wieder das hinter sich ein Punkt aus in der Karriere haben, dann wird er sogar ein bisschen reif. Aber, er ist selber ein ganz unglücklich, aber da haben wir gesehen, ja, es passt jetzt nichts. das ist so geil, ich versuchte. Und der letzte Mal, soll ich ihn auch wieder bewegen? Doch, nur, ich bin hier, das ist der Fall, ja! Das jeter! Das ist so geil, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier ... Ja! Ja! Das Lichter auf der ... von der Frage auch zu sehen. Das ist ein bisschen ... Ja, das ist Danke und herzlich willkommen! Ich konnte mit einem schweren BMW ganz knapp gewinnen. Dann habe ich gesagt, ich will nicht knapp, ich will nicht die Unterhaltung. Ganz vorne fahren. Dazu ging mal den Platz, der hat natürlich den Namen der Zweifelstechnik ein. Dann habe ich kurz angerufen und gesagt, logisch, wir stellen den Zweifel zur Verfügung. Und wenn er ein bisschen schnell genug wäre, dann wäre ich mit Spezialstechnik und natürlich mit Speiz. Und das war's letztendlich, was mir dann zwei Hundertste Tonnen Vorstand gebracht hat. Und ich konnte den Sieg nach Hause fahren. Das war wirklich super. Aber, dass ich gesagt habe, ich habe nicht nur Schöpfchen. Also, dass die E-Mail gehört, dass ich noch nicht mal sage. Ja! Das war wirklich gut zu tun, ja. Und ich denke mal, auch Sieg wird beziehungsweise die Möglichkeiten nutzen. Das war gerade eben genau wie die E-Mail. Die dürften aus dem Gang gehen, sind wir da und seid ihr bei. Ich danke Ihnen, Manni, ja. Lass uns mal hören, was er hier drin bringt. Yeah! Wir haben natürlich eine Lebenszeitbegrenze noch immer hin. Soll er natürlich auch ein bisschen aufpassen, was wir nicht tun haben. Yeah! Yeah! Ich, selbst ich als abgepuffter Typ, mich begeistert, wäre auch immer wieder. Ja! Und jetzt macht er die Nummer doch! Ja! Er hat gesagt, was will er heute nicht machen? Ja! Er hat gesagt, was will er heute nicht machen? Mit den Beinen über den Leger, meine Damen und Herren. Er hat es auch drauf, mit beiden Beinen über den Leger im Griff sogar auf einmal zu fahren. Ja! Und dann braucht er ein bisschen mehr Auslauf zu machen. Das funktioniert jetzt auf diesem kurzen Parcours. Ja! Wie geht es mal raus? Hier ist Mr. X Balli. Er liebt sein, Herr Rosalina. Und ich sehe das an seiner Fahrtechnik. Er ist überglücklich, dass er ein bisschen antritt, wie er auf diesem Wörterboden jetzt gekommen hat. Ja! Ja! Er hat dann die Strenge rauf. Strenge rauf und fahr auf einmal im Rad los. Das bestimmen wir mal. Tate, auf den Gang! Und dann auf einmal im Rad los. Hier der in der deutschen Gesamtmeisterschaft. Und hier sehen wir jetzt mal, oh! Ein wunderschöner Vigil von Nian. Und da noch mal, oh! Das war noch ein bisschen zu hoch, aber auch in diesem ganzen Untergrund kann man so keine Auslauf der Passiere rein. Dazu können wir weitermachen, etwa weitermachen, seit ganzer Station. Weil Nian. Ihr seid schon wichtig mit dem Motorradrom und man geht hier. Ja, hier sind wir noch in so einer Kleidgewicht-Akrobatik-Nummern vorgeführt in Mittelfahrt. Unser Norddeutschen-Kreiermeister, Damo Rokwan. Das ist natürlich ein sehr ausgesprächender Name. Aber hier sehen wir, dass der kleine Julian auch seitwärts in die Rollestrache drüber geht, ohne Probleme. Wenn er das Vorderang lockern muss, mit dem Oberkörper das Gewicht an die richtige Provision bringt, mit dem dann eben entsprechend das Kleidgewicht hält und so ohne Probleme überwinden muss er werden. Ja, Jamo zeigt ihm jetzt hier, wie er an der Wand steht. Mit perfekter Balance kann er theoretisch den Motor ausmachen und durchschütteln. Er hat das voll drauf und er ist einer der bekanntesten Nachwuchskarene. Mit dem durchletzten der deutschen Jugendfreude-Neuzeitschaft. Das ist schon sensationell. Wenn man bedenkt, dass es so ein Wunder gekommen ist, die sich an diesem Titel gewerben. Hier ist ein ganz elegan Stoppy, das hat er ja voll drauf, der Jamo. Auf sein Wheelie. So, das ist eben passiert, wenn er so glatt ist, rutscht man schnell mal weg. Aber er bewegt sich also immer am Himmel, das heißt, mehr geht absolut nicht. Und er hat sich gesagt, ich möchte heute eine Kunde vom Jänner Winzer einfach mal zeigen, was sich alles schon gut drauf war. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Applaus, weil das ist ja auch mein Artur des Künstlers, wenn er Applaus bekommt, dann zeigen sie ihm, was sie das erste Mal gut finden, was er macht. Ja, der Junge, Tisse, und hier nochmal, hier haben wir. Und natürlich, Lian, über das Auto, ja, tolle Leistung, Zugkraft. Dann kommen wir noch mal dazu. Und ich bin ja bei den heißen Frauenergebungen immerhin dabei, weil ich bin ja alle Teeleiter. So. Und ich mach da nicht die Coach, aber das war schon mit der Gangstellung vom Stand los von der 200-Stadt. Das war schon ein bisschen löig, ne? Ja. Und wir haben uns das auch von der Reihe gegeben, ne? Jetzt sind wir so, wo wir uns jetzt einfach mal durchgehen lassen, die ich jetzt machen muss. Ja, ja. Für mich. Für mich. Ja, genau. Ja, genau. Wir haben auch hier so eine, so ein gewohnhaltiges Hobby. Ich bin ja auch hier zu, und komme, und bist du wieder dabei. Dankeschön. Herr Jansen, voll etwa meine Damen, KTM, Racing Team, alles im eigenen Haus. Wunderbar, und natürlich, ganz wichtig, nicht nur der Verkauf dieser Fahrzeuge, sondern Wachtung, Inspektionen, Instandhaltung, und wie gesagt, auch Hilfe dafür, und wenn es frei erforderlich ist. In diesem Falle, sage ich mal Dankeschön, jetzt mal bei Herzen, KTM in Wiebel. Aber ich glaube, der nächste Versuch wird halt funktionieren. Jawoll! KTM in Wiebel, und dann noch Willi, auf den Gang. Oh, das geht ja los. das ist krass. Aber die Jungs, wirklich, heute machen wir mit. Und das... Völlig super, eigentlich hat der Willi am Motorlauf. Und Dresa, Willi, ein Mr. Ex-Prom, oder Martin Smolenski, der amtierende Weltall-Auropa-Meister und dreimal deutscher Meister im Skipping-Marsch hier mit einer Skipping-Marsch hier mit einer Skipping-Marsch hier bei Du, eine Blüft hinzulegen. Und wenn ihr das nicht hinkommt, dann habt ihr selber zurück. Also, bleibt dabei! Wie dies beherrscht, natürlich auch noch voll, Björn. Und jetzt will er gleich nochmal aufzeigen, dass er das Freifahren nicht verlernt hat. Ja, ein bisschen dackelig, die Anfahrt, aber ich denke mal, da wird versuchen auch mal, hier zu lösen. Wohl! Und das hat er mit spielerischer Leichtigkeit einfach gelernt, immer gekonnt. Könnt ihr euch mal applaudieren! Das ist der Chef Silber, der hier nochmal an die Länge bleibt und auch ganz klar Zeit, woher kommt nämlich Außenkreis! Wohooo! Ich bin ganz klar! Ja, Ich glaube, ich finde es gut, Große Prisanitäter. Saubergereistung. Großes Tiro-Ivo. Das Kratzer. Das Kratzer. Ich wollte mal den Kratzer, ich verratze. Ich habe auch noch Schmücke dran. So, ihr habt uns den Sound-Burl, diese 1,25 Minuten, in der Schmücke am Schmücken. Bis zu 20 Minuten. Und wir freuen uns, wie ihr habt ihr noch von der Schmücke Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020